Ich bin's Jonas und herzlich willkommen bei einem neuen Lachstum auf meinen Kanal. Ja, ähm, wir sind hier gerade in Furtness drin. Ach Gott, ich hab, äh, ich hab gerade nicht gesehen, Alter. So, erst mal hier Deathrun. Und schack. Und schack. Schack. Ja. Ach, ich hab. Das ist ein Medizier. Ach Gott. Eww 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 Pfff Komm Ach nein Komm mal da Nein 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 Ah Pfff 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 War das close Pfff 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 Neuw kommen das war kurz das kann ich echt nicht das kann ich echt nicht nein doch 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 Alter! Ah! I just- Um- Ch-ch-ch-ch-ch-ch Um- 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 k jetzt machen wir mal ein paar richtige Runden schuld schuld und ich pack kurz mein Handy ins Ladekabel so so ein paar Sonnenrunden so 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 Alexa links rechts oben unten oben unten rechts A B A B 5 Start das weiß ich leider nicht ja Alexa rechts rechts hoch hoch links rechts links rechts A B Start eigentlich sagt die dann immer ja Alexa super mal das aktuelle ah ja we can we too 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 8 HP 8 HP Und er trifft halt noch den Headshot 1 HP 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 und Mönchern mit dem Film gemacht aber sonst eigentlich also ich weiß dass ich gehe hier hin da war ich ich glaube Sweety Sweety meine ich da war ich lange nicht mehr also Sweety Sans da war ich Arschlange oder schreibt man den Sweety Sweety oder Sweety also ähm für Swee Sweety ähm schreibt einfach nur in den Chat SY und wenn's Sweety ausgesprochen wird nicht Sweety sondern Sweety ähm dann schreibt einfach S S X Fällt mir gerade äh keine anderen Buchstaben ein also von daher he 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 sind halt jetzt so Buchstaben die ich mir einfach so das mal gesagt hab wo ist denn hier diese scheiß Rakete wo ist denn hier diese scheiß Rakete hä wo ist denn hier die scheiß Rakete hä lol 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 Miet schuss also die nicht so wie wenn ich jetzt so ein bisschen durcheinander bin ich war gerade beim Meckles und so und hab mich gerade komplett voll gestopft und mein Bauch ist bald am platzen halte deswegen ja warum place ein ein Boten ein und so ich hab weg noch gleich oh mein Lieblings Ehre kuss 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 kus 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 Ehre genommen. Warum ist der jetzt einmal durchs... äh, ums Haus? Ehre genommen. Ehre genommen. Ah, umh, umh. geile Schmeidung und ich finde natürlich kann hier zeug lecker Schöpfen ich bin jetzt hier noch die vier Kisten dann aber ich kann jetzt hier nicht einfach ein paar Kisten hier alleine lassen ich muss alle Kisten mitnehmen ähm tschüss da hinten werde ich anders schnell das kann ich gebrauch ich greife mal auf meine Waffe zu hier hier haben äh jetzt könnte ich eigentlich noch mitnehmen können aber egal jetzt das auch ich habe gerade gedacht die Strömung geht andersrum jetzt muss ich glaube das ist das 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 το oh das das Paper Alter! Beste Leben, Alter. Nein! Beste Leben, Alter. Noch 19 Spieler. Null! Fortnite macht Ehre! Der da unten macht... Er hat keine Auge gemacht, also. Der weiß schon, ich habe den gerade rasiert. Der Hits... Komm, hier. Da muss ein Medici drin sein. Apacadapha. Ne, im Blick noch. Aber auch okay. Oh, scheiße. Ich hab gerade gedacht, dass mich wirklich nett. Aber Fortnite macht mal wieder Ehre. Oder der Spieleverlösser. Oder der ist komplett kaputt. Oder ich treffe auf Nix. Alter. Was war denn das gerade für ein bades Aim, Alter? Ach, ich kann mich hier noch nicht immer heilen, Alter. Yo. Ich kann mich noch nicht immer heilen, weil jeder kommt. Einer kommt. Er trifft mal wieder alles. Äh, ja. Komm, du wirst geholt. Alter. Da hat er aber liegt jetzt. Und wo ist jetzt überhaupt Kleevinus? Da hat er kurz. Hi. Hi. Nix. Ich wollte nur mit euch spielen. Ja. Gut. Ist es okay? Ist es okay, wenn ich livestreame? Okay. Spielst du gerade mit Daniel oder mit Dings? Mit den Kleen? Äh. Ja, schon, aber manchmal, äh, hier, äh, da geht dann mir auch manchmal auf die Kokosnüsse. Äh. Ja. Ja. Ich hab die fettesten. Da musst du in mein Obstfach gucken, da sind richtig krass, Alter. Hab ich extra heute geholt, weil die waren frisch im Angebot. Kann der Kleine auch reden, ne? Fabio? Fabio? Ne, 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 ne. Okay. Alexa, spiele Lieder ohne Copyright. Danke für nix. Was? Ja. Ja. Ähm, weiß ich gerade noch nicht, warte. Ich muss kurz gucken. Ja, ich hab halt nicht so ein Dings. Ähm. Ähm. Hi, Jonas. Ähm. Danke, Standard-Eis. Warte, Quatsch. Ähm. Ich hab gerade, ähm, 26, ähm, Abonnenten. Ähm. Ich bin Vito, ja, das weiß ich. Ich bin Vito. Moin Daniel. Daniel? Ja? Moin. Moin. He. He. Und wüsste... Daniel, wüsste er schon, ob er nicht... äh, also im Winterding... ...auf der Gamescom-Fahrt. Hehehe. Ah, jetzt kann ich euch zuschauen. Jetzt kann ich euch zuschauen. Ach. 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 Ich glaube, der hat nie angehört. Ich glaube, der hat nie gelb. Hehehe. Nee. Die laufen irgendwie in die falsche Richtung, oder? Ja, aber... Ach. Ach so, wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Oh, geil. Oh, geil. Ich guck da an ihr zu. Oh. 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 Bei mir ist alles schwarz jetzt. so. Hm, wie los. He. 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 wie viele denn er hat ja nehmt euch den Slurp Truck der gibt euch 200 Leben voll Werft Granaten werft Granaten werft Granaten Daniel Go 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 Staub ab da ist er da ist er Daniel Dorst ist leider nicht geschafft zurück vor Daniel 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 da lag eine geile Pamp äh nix ja ne ganz ganz nette Waffe die äh die äh die macht einen nur tot fast One-Shot aber egal ja ich ja wenn du richtig triffst dann dann macht sie nur ein 110er Hit wenn du falsch triffst vielleicht ein 80er ja ne goldene Pamp ja und die ist nur lila ja kann man auch sagen ja ja nein nein ja 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 den Film hab ich mir reingezogen alter meine Mutter hat angefangen zu heulen ja wegen diesen äh äh kennst du den wirklich nicht ähm ähm weil der Freund von wie hieß der nochmal ich komm gerade nicht drauf der Freund von Forrest der mit denen Krieg war ähm der ist ja dann halt gestorben da hat meine Mutter angefangen zu heulen dem 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 demikum dem 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 das me Mario es me Mario da sre thy flesh love Barry love das Paula weens ich bin ich bin mir gerade alle Staffeln davon bei ähm Prime Video, Alter. Äh, ja. Netflix. Kuss. Übrigens bei YouTube ist es auch Chacozell, wenn man auf den YouTube-Kanal HiJonas geht und abonniert. Nix. Ich hab bloß gerade nicht Eigenwerbung gemacht. Nein. Hä, ich hab noch nicht einmal Chacozell gerade gesagt. Nein! Doch, es ist... wenn sie... dann... Bro. Hinter dir. Auf dem Berg. Ich bin jetzt. Ja, der hat's auch schon ganz schön. Ja, also Minis. Ich... Komm! Lauf, Daniel! Lauf! Mach sie fertig! Ja, Mann. Oh, Mann. Ich hab gerade schon gedacht, weil bei mir jetzt nicht der Sound kam, wenn man sich punktgenau vollgeheilt hat. Da kam bei mir gerade nicht der Sound und ich hab gedacht, Daniel hat bei der letzten Minisekunde abgebrochen. Der ist unter dir. Der ist unter dir. Oder diesen unter dir. Das kommt zur halbe... äh, äh, Armee, Alter. So, die kleinen Fabios. Äh, 100. Doch. Also, äh, also, äh, äh... in Normal hochgeholt hat, wird's 30. Äh, und dann, ähm, im Ladebus... 100. Ja, okay. Hä, wo ist überhaupt... Hä, bei mir wird noch nicht mal deine Karte angezeigt. Da waren gerade Fische, Daniel. Aber... Hehehe. Ich hab immer an der Ostsee, ähm, Backfisch gegessen. Backfisch mit Bratkartoffeln, Alter. Das war... Mua. Und dieser Imbiss, das war so ein Imbiss, da ist fast keiner hingegangen, außer wir. Wir waren da quasi wie Stammkunden und das Geile war, dieser Imbiss war direkt vor unserer Haustür. Also, wir müssten noch nicht mal fünf Meter laufen und... Hey, wir haben unseren Backfisch bekommen. Jonas, bist du schlecht? Nein, bin ich nicht? Hä? Was für... Äh, ich bin nicht schlecht, Alter. Äh, ich bin schlecht, Alter. Ich hab heute erste... Äh... Ich, äh... Ich hab keine... Ich hab schon vor einem Monat oder so, äh, ähm, kein... Äh, kein Fortnite mehr gespielt und heute hab ich das erste Mal wieder Fortnite gespielt. Oh, und dann... Äh, easy... Äh, Sieg, Alter. Ähm, Daniel. Wie viele Sieger hast du? Dann gehst du auf... Äh, ne, ähm, er meint mich, ähm, ja. Dann gehst du auf Google... Oh, äh, Vito. Ähm, gibst Fortnite-Tracker ein. Und dann... Gibst du da ein... Äh, Hortflexer. Und dann steht da meine komplette KD. Und ich hab, glaub ich... Ähm... Ne 1, Also, äh, ich hab vor einem Monat geguckt, äh, da hatte ich ne 1,23er KD. Also, ich kann ja selbst nochmal gucken. So. Google. Google. Fortnite... Fortnite... Fort... Fortnite... Tracker. Haut... Flexer. So. Hortflexer. Der harte Flexer. Ähm. Meine KD ist eine 1,2... 2... Oh, Alter. Sprachenlärm-Bubble. Eine... Eine 1,23er KD. Steht bei meinem Handy. Und ich hab, da stand ich gerade drauf, 154 Siege hab ich. Ich bin so erst mal aufbereit. Chacuzel. Chacuzel. So. Mehr. Ich bin so erst mal aufbereit. Okay. 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 Weiter. Ähm. Warum hat mich jetzt White... White-Aim-Mode gestummt, Daniel? Weil er meint, äh, ob der Kopfschmerzen kriegt. Aber wo ist denn die A-Mode gehen? Also, das ist so sweet. Ja, also meine Eltern haben mir gesagt, du kriegst das als Geburtstagsgeschenk, aber dafür bekommst du dann nichts anderes, außer dann von meiner Oma dann Money, Money. Ja, bestimmt werde dir das dann auch so als Geburtstagsgeschenk oder so machen, stimmt. Weil, äh, äh, meine Eltern haben gesagt, am Sonntag ist halt immer dann was los und so und da hab ich mir gedacht, wenn immer da was los ist, dann, äh, dann hoffe ich mal, dass da, äh, äh, die meisten YouTuber und dann, äh, so da sind, dass ich dann halt so, äh, meine, meine, äh, die YouTuber was sehe, die ich sehen möchte. Oh, zwei Headshots. Wollen wir zocken? Ja, können wir gleich. In. Den. Arsch. Ah, da ist ein geiles... Ach, Daniel. Als ob der daneben ging. Ah, ich hab halt nur ne Scheiß. Ach, komm. Ich hab zwei Kids. Hab ihn. Komm. Komm. Ja, okay. Passt so. Was, äh, was will denn der jetzt hier? Äh, was? Warte, komm, ich nehm so. Na, komm, wir müssen schnell Karte holen. Ja, ich versuch so ein bisschen zu sneepen. Wir müssen, ähm, hier, also ich geh hier so ein bisschen. Ne, ich kann, hier. Ne. Also bei mir ist jetzt hier keiner. Boah, wo ist denn er auch langgegangen? Boah, jetzt muss ich ihm wieder helfen. Ähm. Warum hab ich jetzt... Warum hab ich jetzt zwei Sniper? Boah, ich hab' ihn. Halt. Nimm doch jetzt hier diese Scheiß-Tactical, alter. So, jetzt soll ich mal, äh, ich hoch. Okay, jetzt mal wieder, jetzt mal wieder raus. Ähm. Okay, wir sind gut, Zohne. Hier war noch nicht hier Barzuka. Die gönne ich mehr. So. Sollen wir zocken? Ja, ähm, geht dein Chat wie der? Ja, mein Chat geht wieder. Äh. Daniel. Was hab ich, rate mal, was ich für'n Sturmgewehr hab. Nope. Geiler. Ne Skar. Lila. Lecker. Oh, geschenkt. Geh' doch jetzt hier. Oh, so. Ah, Big Nass. Geil. Geilo, meilo. Oh, ich brauch echt ne bessere Pump. Mir guckt die ganze Zeit jemand zu, den ich gerade die Ehre genommen hab. Äh. Wer ist das hier alles? Ich hab' nicht, also das sind nicht meine Kollegen. Ich hab' nicht, also das sind nicht meine Kollegen. Und dann sind das halt so Erwachsene. Und dann sind das halt, äh, halt so Erwachsene. Null. Weil bei mir ist gerade ne lila, ne Skali, und die möchte ich dir geben. Ja. 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 ein paar Minis. Weil ich hab' jetzt gerade ne lila ne aufbekommen, mit der bin ich auch viel, viel besser. Ja. 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 Ja, mit der kann ich richtig gut umgehen. Weil, äh, wenn du einmal auf dem Kopf bist, Alter, da bist du halt schon tot, Alter. Weil dann kommt Triple Headshot. Das find ich halt dann eher so geil, weil die halt dann, äh, erstens, weil ich mit der gutes Aim hab und zweitens, weil die halt so abnormal viel Damage macht. Ja. Ja, aber das, das nicht so gut ist. Ich muss nicht. Ja, aber das, das nicht. Hämmus hier. Ich check' gerade nicht, wo sie chest ist, ach, hier unten. Ja, ja. 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 Mann, ich finde nie eine gute Pump. Ich geh kurz hier zu. Daniel, guck mal, wie viele noch leben. Und guck jetzt mal auf die Karte. In so einer kleinen Zone. 25 Leute. Ich weiß es auch nicht. Die haben sich bestimmt alle verkrochen, weil die wissen, Daniel ist hier. Der wird die alle fertig machen. Okay. Ja, Alter. Äh, weil ich hab halt so ein scheißleuchtendes Backpack und alle können hier keine Ahnung, was für weiße Skins nehmen. Und ich leuchte hier rum wie so eine Laterne, Alter. Der Schneesturm ist einfach nur noch zum Kotzen. Ich weiß nicht, warum die den reingemacht haben. In der Realität, da passiert das doch auch nicht so. 50.000 Mal am Tag mit Schnipsen kommt so ein fucking Schneesturm. Okay. Ja, egal. Lassen wir in Ruhe. Ja, lassen. Wir lassen das jetzt erst. Hier. Pack das nicht schwer weg, weil das leuchtet hier. Dann, 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 dann snipen die nicht besser. Ah, hier. Ah, komm. Ich geh pushen. Ach, komm, Alter. Er hat sich selbst mitgenockt. Er hat sich selbst mitgenockt. Alter. Ich darf das Wort hier nicht sagen, Alter. Und er. Ich muss Gott was trinken, Alter. Meine Mitten sind anders trocken, Alter. Auch wenn ich gerade, äh, äh, hier keine Ahnung, wie viele, äh, wie viel ich gerade bei Meckles gegessen habe, aber... ...irgendwo muss auch eine Grenze sein. Ich glaube, wir müssen kurz raus. Okay. Okay. Dann. Ciao. Okay. Ciao. Also. Äh, nee. So. Mr. Cookie kenne ich. So. Daniel, komm. So. Putz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, hochexplosiv. Damit wäre ich noch einverstanden. Hochexplosiv geht noch. Ich war halt Deutsch. Ich bin halt dieses andere kaputt. Weil ich war gestern, also gestern Abend, ähm, von 22 bis 6 Uhr morgens auf, ähm, hab dann von 6, ne, von 7 bis 13 geschlafen. Ja. Ah, ich lasse kurz in der Party unseren lieben Tim ein. Timi, 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 Timi. Timi, Timi, haben wir eingeladen, wollen wir 1 bis 1, ich bin, ich, ich bin nicht gut, aber trotzdem. Ja, können wir machen. Wie findest du mein Skin, ähm, äh, dein Skin? kam bisher nur zweimal im Shop finde ich heftig den äh den Skin aber eigentlich war der äh der Skin also äh das komplette Set quasi jetzt weil da waren ja tausende andere ähm Stile und so dabei ähm äh fand ich war OG war der halt nur einmal im Shop kam ich glaube ne jetzt kam der dreimal im Shop aber trotzdem war er äh eigentlich OG finde ich weil der halt nur früher kam einmal glaube ich Season 2 und einmal Season 4 im Shop und ja jetzt halt fand ich das halt komplett ne Asiaktion von Epic weil das man halt richtig geile Skins ähm und die haben die einfach jetzt kaputt gemacht wie gut Schupper und andere Skins war mein erster Skin ähm du hast den mit B geschrieben aber he 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 ähm ähm blauen Rocket aber hm also Epic hat ja jetzt auch gesagt die wollen halt ähm Recon Expert reinbringen sagen manche ich hoffe es nicht ähm ähm brr ähm ähm weil es ist einfach ist es einfach dieser OG Skin ähm Recon Expert ist einfach einer der also ist äh dieser fucking seltenste Skin in in äh in diesem Spiel und wenn die äh da jetzt ähm die äh diesen Skin nochmal reinbringen ich würde ich würde Epic Games hier zu denen hinfahren und eine reinballern weil es ist es ist einfach nur noch traurig gehst du mal in in den Chat in welchen Chat ne meinst du in den Spiel Chat meinst du in den Spiel Chat? meinst du in den Spiel Chat? wenn ja dann ja weil das eine Mal hat es wieder geklappt Gruppen Chat also meinst du in den Spiel Chat? du in den Spiel Chat bitte hallo? ich bin jetzt Gruppen Chat also hallo? um also ich bin jetzt gut steht aber die und so auch nie jetzt ist das wieder kaputt ich freue mich doch hier nachxen alter die wollen mich echt hier langsam langsam es ist in langsam nicht mehr geil ich kriege dann irgendwann noch autismus kick alter ich gehe meinen eigenen gehst du jetzt in den kunden schätzt Park Crafter. Hörst du mir zu? Ich glaube gerade nicht. Also ich bin gerade Gruppenchat gegangen. So. Aber es geht nicht mehr, weil es wieder mal bei mir kaputt ist. Keine Ahnung warum, aber das eine Mal hat es geklappt. Und du meinst immer noch Spielchat. Weil es gibt einmal den Partychat und einmal den Spielchat. Und wir müssen an der Stringzone. Und ich habe nur noch ein HP, weil ich der dümmste Mensch ever bin. Alter, bei mir ist jetzt anders Lauf, äh, der Forest Lauf, alter. Komm, 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 komm. Alter, ehrenlos. Einfach nur noch ehrenlos. Ich bin Partychat. Du meinst Spielchat. Spielchat. So, jetzt gehe ich auf der Party. So, jetzt gehe ich auf der Party. Party Einstellungen. Party. Priorität für Spielchat. So, jetzt gehe ich auf der Party raus. Nichts passiert. Oder passiert bei euch was? Jorge. Damit. S Cornelungen. Süsss. ono. Press. So, ich gucke ihnen zu, Alter. Er macht halt diesen anderen Forrest-Gum, Alter, er läuft. Los, zieh, zieh, zieh. Ich kann gerade nicht auf Dings gucken. Aber jetzt, aber dieses andere Rennen, dieses andere Rennen. Mal wieder. Go, go. Los, 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 los. Komm, komm, komm mal hin, Junge. Ja, komm. Ja, 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 komm mit, komm mit, komm mit. Nein, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Die macht jetzt anders, oh, jetzt. Ich nehme, äh, ich nehme da, äh, direkt deine Karte mit und versuch das Beste, was ich kann. Okay, Karte, wo ist die Karte, wo ist die Karte, da. So, Karte mitnehmen. Ich werde, ja, 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 ja. Und gehen, und gehen, und gehen. Komm, drei, zwei, eins. Go. Und die da hinten und können halt ihre fucking Eier abschillen. Alter, die Zone macht gleich so viel und viel Schaden, Alter. Da kommt ihr dann irgendwann nicht mehr mit. Und macht dann irgendwann 10er-Ticks. So, Jonas, bin zu bald weg, ja. Mr. Cookie Keks. Auch wenn das einer der beschissensten Namen ever sind. Also, guck, Mr. Cookie Keks. Cookie Keks ist ja Keks, also von daher komisch. Wenn man jetzt mal bei Cookie Keks auf das Leben guckt, ist, äh, es wird schlechter. Es wird echt schlechter. Äh, ja. Äh, guck. Was bringt der Schild? Was bringt ihm Schild? Er muss sich das Medipack drücken. Da bringt ihm Schild einen Rott. Weil jetzt sieht man, das ist jetzt dieser Punkt, wo man verzweifelt. ein Packra, äh, dieser Cookie Keks kommt auch nicht mehr mit. Zwei Fische. Zwei fucking Fische. Schass! Oh, meine Nase hat gebrochen, oder? Moin. Amma. Amma, ich bin am verzweifeln. Ich spiele hier gerade mit Zuschauern. Ähm, die Zone waren Steamy Stacks oder so. Und die waren in Slurpy Swamp. Und die Zone... Und die, äh, ja. Äh. Ähm, Mehmet. Mein Name wird mit J geschrieben und nicht mit Y. Ähm. Ja. Und die Zone hat Zweier-Ticks gemacht. Und die, äh, sind komplett verwirrt. Das war, äh, übel... Übelst lustig. Ja, warte, ich lasse ich kurz einen Kampfcheat. Dann können wir vielleicht alle zusammen Dings hier. Kreativ. Dann, äh, dann Dings Park Crafter. Was? Wie, bei alle? Ich hab gerade gesagt, die sind gerade alle kollabiert. Ich mach gerade Livestream. Komm rein. So, und jetzt soll Cookie Cakes auf kreativ. Kreativ. Und weil Park Crafter noch ein 1v1 gegen mich machen will. Und andere Sachen hier alles noch. Deswegen. Kreativ. Damit wir alle hier gegeneinander. Pum, pum, pum. Ja, Alter, ich krieg gerade komplett Kopfschmerzen, Alter. Komm. Ich weiß nicht. Äh, wer ist jetzt Dings? Also ob Kanschit jetzt Dings ist. Komm, mach kreativ, Alter. Oh, Alter. Oh. Keine Ahnung. Mach jetzt. Ja. Lul. Amar, wie alt bist du jetzt? Null. 1 vs. 1. Wollen wir 1 vs. 1 vs. 1 machen? Also alle gegen alle? Oder jetzt Baufight und so? Ähm, ne, nur wir drei. Nur wir drei hier. Gerade. Nein, 1 vs. 1. Baufight. Normales. Normal. Also. Äh. Aber er ist nicht gut. Ja. Also Kanschit kann sich hochbauen. Kann zugucken, während wir dann kämpfen. Baufight. Wir können ja auch gleich spielen Dings. Jonas sagt. Weißt du, wie Jonas sagt, geht? Nicht, wenn du weißt, wie Jonas sagt, geht. Nicht, wenn du weißt, wie Jonas sagt, geht. Ja, okay. Möchtest du mitspielen? Also Jonas sagt. Nee, ich meine Dings. Kommt her. Jonas sagt, kommt her. Jonas sagt, kommt her. Komm, cheat. Jonas sagt, kommt her. Okay. Und ran. Warte. Ich hab die schon. Ich hab die schon Arschlange, Alter. Ich hab die schon, seit ich rette die Welt, habe. Seit, mh, zwei Sekunden. Aha. Nein. Okay. Wir machen mit allem, außer LMG, Minigun und Kampfschrot. Ich weiß, wir wissen jetzt alle nicht, wer es zu meint. Okay. Boah, ich stil. Ähm, hier. Park Crafter, ist, äh, der Stream bei dir verzögert? Ist der Stream bei dir verzögert, dann mach so hier. Komm her. Park Crafter, wohin will er rennen, Junge? Er will nach, äh, nach Timbuktu rennen. So. Ey. Hör auf. Das. Hier, das, äh, aber trotzdem, lasst du mich nicht ansnipen. Was ist das? Ey, hör, hören sie auf. Hör auf. Nein. Hör jetzt auf, Kampfcheat. Hör jetzt auf, Kampfcheat. hit. Hör jetzt auf. Komm, wit. du könntest mich in scheiß töten komm loskopf ich muss versuchen loskopf loskopf bitte loskopf bitte loskopf st weil ich heute noch ich wollte keine ausgaube bei ihnen versuchen weiter kommt soll ich den versuchenden ausgruppen parkrafter herkommen k k k hören sie auf 4 Formaner Klaus alter kommt als ich wollte keine Versuchung ausgaubeite ihr kleinen Kanaken alter Was ist das? st und vor Ort nicht auch gleich Nein, du willst es nicht noch nutzen, ein Mal, Alter! Ah! Ich hab gesehen, dass du eine Waffe hast. Weg! 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 jonas sagt wie jonas sagt also äh du willst jetzt jonas sagt spielen oder was das blöde ist halt bei dir ist ne Verzögerung drin hey hör auf das mein kill hatte no scope no scope no scope jetzt bitte aufhören jetzt bitte aufhören oh alter der no scope hätte so geil werden können ja 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 bitte noch ein bisschen ja 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 wir haben gesagt ohne minigun jonas sagt ohne minigun pack die minigun weg pack pack parkcrafter park die minigun ja sorry wusste ich nicht habe ich doch gerade gesagt dass wir ohne Dings machen die Hotspur keine die die Dings sind Oh! Oh! Er konnte noch nicht immer seine Waffe irgendwie einen Schuss droppen. Und er war schon tot, Alter. Ehre! GENOMMEN! Ähm... Oh! Sorry! 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 Sorry, Park Crafter! Sorry, Park Crafter! Wusste ich jetzt nicht, dass du hier vor mir deine Minigun droppen willst. Sorry, echt! Nicht tut er dich jetzt! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut, der Baustherr! Ich glaube nicht, der Baustherr! Jo! Wahrscheinlich! Wahrscheinlich platziert die Wand in Mexiko! Wahrscheinlich! Ich bin in Mexiko! Ich bin in Mexiko! Du bist am Arsch der Welt, Alter! Ich bin in Mexiko! Ey, guck mal! Bleib mal kurz stehen! Scheiße! Oh! Das war ein Headshot! Ghosted aber! Ei! Schade! Ah! Du lässt mein Park Crafter an Ruhe! Das ist mein Zuschauer! Oh! Du hast doch nicht über einen YouTube-Kanal! Hä?! Hä?! Mein YouTube-Kanal ist Fortnite! Ah ja! Oh, der letzte Schuss! Nee! Woah! Ich beschütze dich! Mach bald auch YouTube! Ja, nice! Wow! Wow, die kleine! die schnauzgruppen so bleibt da ich hab noch 24 HP wer gibt es kein Schapier und ich wollte dich noch aufmacht das Prozent wer ist jetzt wer das Park blau muss ich mir merken das Park und pink ist Karten geschieht bei mir bist du aber pink ich bin blauweilig blau habe ich schon kann ich heute schnoßkopf no stop Mann, ich war sowas von auf den Kopf. Nicht drauf. Oh, sorry, das war's Dupac. Das war ein Mercedes, das war ein... Oh, sorry, das... Nicht mehr Pikachu, sondern... Oh, ein geilen Lagerfeuer. Lagerfeuer. Jetzt chill ich so gerne drin, ne... ...mit meinen Freundinpack. Warte, ich mach hier kurz... Ich editier hier kurz auf. Er fängt sich halt nur, warum hast du so auf-editiert. Oh, jeder hat getroffen, jeder hat Komm hier nochmal, Lagerfeuer Lagerfeuer, Power, Alter Lagerfeuer, überall Wegen die hab ich jetzt verzogen, du Spaß Komm, schieß doch Komm, schieß Oh, jetzt kann er auch noch nicht immer schießen Komm, schieß doch Hey, ich back hier voll Weißt du was, ich hab grad nen Glitch gemacht, das weißt du Jetzt lade ich mich unendlich hoch Ich bin auch nicht immer an nem Lagerfeuer und ich hiel mich gerade hoch Komm in mein Haus Ja, warte Ich will, und Okay, ich komm jetzt in der Haus Nein Nein Du bist ja bist ja bist Ich habe ihn nicht in den Haaren Ich habe ihn nicht in den Haaren Ich bin ein Haaren Wenn du dasst, ist, ist etwas enormes Das ist ein Haaren Du hast auch geholfen, neigment Ahahahahaha Alter geile Hütte alter Rieche Ehrmann Warte kurz Danke Warte Weiß nicht, ob ich noch so lange da Da ist er, da ist er, da ist er Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er Ich krieg hier einen halben Ast das war ein Fall alter Parkrafter holen hier ja Parkrafter ja ja dein Schweißtuch ja jetzt bekommen wir das ernst so, moin so ich bin aber nicht so los keine Prozent Prozent dort nach als ob ich PIZZA ich hab nicht erstmal runter geschossen Ah, zwischen deiner scheiß kleinen Butterbeene, Alter. Oh, ein 30er? Oh, Alter! Da kam der! Komm, noch mal. Ich mache mir 20 Euro. Ah, ja. Nein! Nein! Park-Drofter! Ah, nicht, weil ich den Schnau-Skop mal... Ja, genau! No-Skop! Mit Pump! Ich habe gerade 16! 16! Du bist ein Hammer... Er macht mein Haus kaputt! ... 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 many ... ... ... ... ... ich wollte dich noch auskaufen ich wollte dich noch auskaufen komm ich nehme wieder warte kurz, ich habe mich verflascht, warte alle alle einigen kann ich kann mal kurz er kann mal kurz zu uns wenn wir wollen ja kurz was für die aufnahme machen kann man kurz her für wir wollen ihr kurz was für die aufnahme machen wollen wir jetzt wieder bauen warten ja warte kann er ja ja komm her warte aber er aber dafür müssen wir hier so epische pose machen so dann stellt ihr euch hier hin dann stellt ihr euch hier hin stellte stellte du dich dahin ein paar crafter stellt sich dahin pack rofter stellt sich dahin hierhin hier du dahin dahin okay dann bleibt beide da so jetzt macht beide mal ein tanz so nebischen tanz kein tee alles außer tee nicht das das doch nicht episch ja das ist episch oder das hier super und jetzt du das ist nicht episch mach was episches ich hab alter das nicht episch du hast einen nämlich den hier er ein erschütterer komm jetzt her komm her Super gemacht, Park Crafter. Aber komm jetzt her! Du kommst jetzt her! Da hin! Du da hin! So, komm, du kommst jetzt zu uns, Alter. Und wenn ich nur ein wenn ich nur ein Leben abgezogen bekomme. Gnade dir Gott, Alter. Da bebt aber deine Stadt, Alter. Komm her! Wohin? Na, da hin! Hier einfach auf eins auf diese zwei Felder hier. So, du bleibst da stehen. Bleib da. So, du machst jetzt einfach diesen Tanz hier, Kamchi. Kamchi, Kamchi, mach einfach diesen Tanz. Diesen Tanz! Ja, der ist auch gut. So. Oh, okay, ich hab nicht genau Skopped. Okay, wir nehmen... Ich... Warte, komm doch mal her. Wir machen jetzt so ein Roulette, welches ich von euch beiden nehme. Welches... Welches ich von euch beiden nehme. Komm her! Komm her! So. Ihr macht hier ein paar epische Posen. Und ich trinke hier kurz meinen Tee. So, okay. Kamchi, seien es, ist okay. Mach jetzt was anderes, Park Crafter. Du musst mich umhauen. Umhauen. Irgendwas kampfartiges. Was mit Kämpfen. Du hast schon deine Scheiße gemacht, Kamchi. Du darfst jetzt nicht nochmal... So, mach irgendwas mit Kämpfen. Oh! Okay. Stellt euch... Stellt euch hier punktgenau nebeneinander. Noch ein bisschen näher ran, Kamchi. Noch ein bisschen näher ran. Ja, so. Und jetzt zu mir hinstellen. Zu mir hinten drehen. So. Warte. Warte. Bis es eintrifft. Bis es eintrifft. Warte, ich versuch mit Free-Six-B-No-Scope. Scheiße. Alter. Au! Kamchi! Okay, wir nehmen deins. Spöre nur die Mache. So. Warte, warte, warte. Verstehren mir was nach, ich gemacht. Nee. Ja, mach. Wenn der Scheiße... Wenn der Scheiße ist, dann töt ich dich, Alter. Park Crafter. Her, komm! Du Arschloch. So, Park Crafter. Komm her! Hast du diesen Tanz? Hast du diesen Tanz? Weil wenn ja, dann mach's so hier. Okay, du hast den. So. Hast du den hier? Okay, den hast du nicht. Ähm... Hast du den hier? Kamchi, verpiss dich. Kamchi will so herkommen und ich töte ihn einfach. Ich hab jetzt schon 21 Kids. Er steht halt immer noch down. Er nickt seinen Kopf, halt. Er schüttet seinen Kopf, meine ich, Alter. Nickt seinen Kopf, wahrscheinlich. Nicken. Ich kann... Sniper, Batschel! Äh, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay, wir müssen no-scoppen. No-scope! Oh, scheiße. Ey, no-scoppen! Was ist das? Ey! No-scoppen! Hol dir ne Sniper, oder so. Ach, da hinten ist das hier. Ich muss auch nicht ein paar Jahre altz. Du bist gut, der ist. Du bist gut, der ist. Du bist gut. Du bist gut. Ich bin ein paar Jahre altz. Du bist gut. Du bist gut. NOSCOPE NEIS! NOSCOPE! EEEE! Regelverstoß! EEEE! Ich hab immer noch Jagd gewährt. Oh, Heldschuss! NOSCOPE! 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 Ich rächt mich! AU! Oh mein! Guck in meine Aufnahme! Guck in meine Aufnahme! Oh! NOSCOPE! NOSCOPE! Oh, Baby! Alter! Da mach ich's einfach nur noch so. Oh Baby, Alter. Oh Baby. Oh Baby. Oh Baby. Oh Baby. Oh Baby. Oh Baby. Kamchi? Kamchi? Ja? Ich muss ausmachen. Ich sag auch an den Chat. Ciao.